Hallöchen und willkommen zurück zu einem Video, wo es mal nicht um Anime geht und ich einfach nur ein paar Clips zusammenschmeiße, die sich die letzten 1-2 Jahre hier angesammelt haben. Das hier ist Heath Ho, aka der Yeet Simulator, was wir hier bei mir lokal gespielt haben, weshalb die Audioqualität nicht gerade gut ist. So und jetzt soll ich dich yeeten. Genau, aber erstens es vorholen. Easy. Wahnsinn. Und. Okay. Tja, jetzt ist es, weil ich hier herkomme. Das ist das, der schon, der funktioniert. Das ist das, der schon, der funktioniert. Das ist das, der schon eigentlich beide hier yeetetet. So. Und jetzt ist das los? Ne, wenn ich es direkt loslassen soll. Ich yeete mich jetzt aber selbst hier rüber und wenn er sich auf die andere Seite schafft, Ich yeet! Das ist krass. Yes. Hier haben wir Tabletop Simulator Vorlog Monopoly gespielt und es ist genauso buggy wie das richtige Spiel. Was? Ja, okay. Laut dem Würfel ist es eine 6. Also wenn man Maus orbit, also ist das wohl eine 6. Ja, okay. Und das hier ist Tabletop Waifu Quartett mit etwas fragwürdigen Stats. Yes, mein Roboter ist cuter als deine Lilith. Das ist dumm. Ich würde die Leute gerne anzeigen, die diese... Anzeigen. ...Gemacht haben. Ja. Ich hab den... Yes. Krud ist cuter wie Rubi. Was? Wow, hey. Das geht doch gar nicht. Was ist falsch mit dem? Gib mir meinen Tisch zurück. Vor allem jetzt hast du wieder dein Achievement verkackt. Aber wie? Wie kann denn die eine 10 haben? Rubin, keine 10 zu geben ist einfach nicht fair. Ja, die Leute sind einfach dumm. Fuck off. Hier wollten wir die Beta von Breakpoint ausprobieren und es hat direkt sehr gut angefangen. So, jetzt muss ich rausfinden, wie ich dich hier einlade. Was ist denn jetzt passiert? Ihre Verbindung wurde getrennt. Oh, meine auch. Ja, soviel dazu. Und jetzt kann man es nicht beenden oder was? Ja. Man muss es jetzt allervieren. Oh mein. Sorry, ohne Server kann man kein Hauptmenü und ohne Hauptmenü kein Spiel beenden. Das war nett. Also ich fand, war... War eine gute Beta auf jeden Fall. Also ich hab viel gemacht. Spaß gemacht. Eigentlich sollten wir das direkt vorbestellen. Nicht die normale Version. Also wenn dann schon die Ultimate Edition für 120. Wenn ich nett die Ultimate Edition kaufe, bin ich dann überhaupt ein richtiger Fan. Reintreten. Go. Oh. Ich wollte doch gerade laufen, Mann. Das war ein Teppich, ich hab nur so gemacht. Ja, aber du... Ich hab's vergessen, dass das in dem Spiel ja so extrem war. Gibt noch Rache. Du lachst aber, ich mein, das dämpft hier jetzt nicht. Gleich hier, zwischen deine Augenbrauen. Zack. Oh mein Gott, das war keine Absicht. Ich wollte eigentlich nur drohen, aber kam da mit meinem fetten Finger doch runter. Irgendwas Weißes. Ich hab schon keinen Bock, das aufzumachen. Egal, die sind meistens schöner wie das goldene Schiff. Na gut. Hinter mir. Nein, das war ich. Kann man da sicher daneben stehen oder so? Das weiß ich nicht. Ich find mich aber raus. Nein, nicht rausfinden. Goddammit. Nein, ich bin auf der anderen Seite, es ist okay. Drei, zwei, ein. Fickstödel. What the fuck? Ich hab 9-11-Situation abgeschlossen. Äh. Ja? Zack, da Stachel. So was hab ich auch in der Hose. Stell dir vor, du hast in real life so'n genoppten Penis. Ah, Telefon. Ich kann halt, ich muss irgendwie in so'n Scheiße hier spielen. Moment. Wow. Du hast 4000 Platten. Gib mir eins. Du hast schon 7 bekommen heute. Sei doch denn so ein greedy Bastard. Hier haben wir irgendein Spiel namens Quest Hunter ausprobiert. Early Access by the way. Oh, das ist Gift. Okay. Äh. Würdest du bitte nicht mein ganzes Loot klauen? Da war ein Zahnrad. Wo konnte ich wissen, dass der sich das scheiß Gift reinschmeißt? Ja, ist halt wirklich blöd gelaufen jetzt eigentlich. Der läuft dann da gegen die Wand. Ich bechte ihn um das Ding trinken. Dann klaut dich wieder mein Loot, Alter. Ich klau doch nicht. Ich hab's mir nur genommen. Ich liebe Anti-Mail. Was heißt Anti-Mail? Ja, durch die Wand! Welche Probleme haben sie? Es ist nicht, wie ich es mir vorgestellt hab. Eigentlich ist es exakt, wie ich es mir vorgestellt hab. Was macht der hier? What the fucker? Obwohl die auf meiner Spur waren, ne? Oh nein. Oh nein. Wir sind ja in Britain. Oh! Ja gut, wenn keine anderen Autos da sind, dann fällt das nicht so auf. Danke, dass Sie hier waren. Danke, dass Sie hier waren. Komm, 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 komm. Mindestens ein Überlegender garantiert. Ja, aber die letzten fünf Male hab ich nur Lila und Gelb bekommen. Ich aber nicht so X-Behälter öffnen. Mach jetzt. Es kam was Legendäres raus, hat sich gelohnt. Boah, legendäre Geste. Und es ist ein Skin. Weil du nie welche kriegst. Das ist halt so unfair. Wenn du mal bei was für Skins guckst in dem Menü. Ich kann jetzt nicht. Ich mach jetzt eine Kiste auf und da kommt was Episches raus. Es ist ein Hut. Es ist ein Hut. Und was ist das? Ich glaube, ich habe mit diesem Zwiespalt-Kram den besten Legendären-Skin schon bekommen. Oh mein Gott, Rigi, warte, ich hab auch die perfekte Frau für dich. Ich weiß gar nicht, was meine Präferenz hier sind. Vielleicht krieg ich auch so auf 200 Kilo auf. Ich sag euch, meine Präferenzen muss Vagina haben. Ja gut. Und im besten Fall unter 200 Kilo, aber sonst bin ich für alles offen. Das solltest du ein bisschen eingrenzen. Ich mein so... Puls, Puls ist auch wichtig. Ja, aber nein, aber alles ist so was. Es sollte doch schon so über 17 sein. Da bin ich flexibel. Sobald du 21 bist, geht's nur noch bergab. Das ist so eine kleine Freu-Phase von 17 auf 18. Dann darfst du Alkohol kaufen. Ja, bist du so okay, darfst Auto fahren und so, dann hast du Spaß. Am 21 darfst du dann auch nach Vegas. Aber danach geht's nur bergab. Dann darfst du nix mehr. Nee, dann schaltest du nix mehr frei. Das will ich damit sagen. Das hier ist Hunt Showdown, ein PvP-Ve-Game, wo man einen Boss auf der Map finden und killen muss, bevor die anderen Spieler es tun. Da ist ein Spieler. Wo? Vor uns, Südosten. Der hat uns nicht auf dem Schirm. Hast du ihn gesehen? Ja, ich sehe ihn. Oh, lass mal einen ranzen liegen. Lass mal richtig... Lass noch einen, da rechts neben ihm ist noch einer. Okay, dann lass hierbleiben. Das wird jetzt richtig gut. Hier ist einer. Bam! Er hat geblockt. Hab einen. Der andere hat mir den Hicke gegeben. Ich, ähm... Der trifft nicht. Fickel! Yes! Gott. Ach, ich will nicht mehr. Ich hab sie gerade vorbeirennen gesehen. Und ich sehe sie durch die Wand klippen hier drüben. Oh mein Gott. Oh ja! Oh ja. Hinter mir! LOL! Daneben geschossen, du Bastard! Ruhe, Spinne, wo bist du? Oh shit. Nein, renn doch nicht weg! Da kommen zwei Spieler in Richtung Süden, Westen, meine ich. Komm, ich komme. Einer pusht mich. Ja, ich komme von hinten. Die sind, glaube ich, drin. Nee, einer nicht. Der ist gone. Da ist der andere. Ja, der andere ist drin. Geil, weg mit denen. Oh, hier ist der Spieler. Okay, warum wundert mich das gar nicht? Oben, unten? Ja. Was? Welches von beiden? Komm schon. Spiel, das kannst du mir nicht antun. Wie bin ich denn jetzt? Alter, wer redet denn hier? Halt's Maul! Wieso verliere ich AP, während ich meinen Audio-Log anhöre? Das war jetzt wieder seltsam. Äh. Ja, bitte. Fehlt bei dir hier auch ein Stück Wasser? Oh nein. Ja? Ja. Okay, also Alt-F10 wirft einen Molotow. Gut zu wissen. Das heißt, wir dürfen jetzt nur einen Pip-Boy klippen. Eh, stimmt. Ich muss da aussteigen müssen. Oh nein. Nein. Was denn? Warte. Lass mich kurz einen Screenshot machen. Bleib einfach kurz stehen. Nein, da ist ein Molli. Oh Gott. Okay, pass auf. Wir expandieren jetzt einfach. Ich würde gerne wieder Sachen erschießen, wenn es geht. Sobald wir das expandiert haben. Aber dann musst du ins Bett, weil wir haben schon 10 Uhr, by the way. Aber ich kann nicht damit leben, dass das außerhalb ist. Was denn? Das ist okay. Niemand wird reinkommen. Das passt schon. Aber ich will wenigstens hier zu haben. Ich will, dass der scheiß Tisch nicht hier im Weg ist. Die haben nur die Teile runtergenommen. Ja, nimm's mit. Oder hast du die Teile weggestasht? Wow, wow, wow. Alter, erschreck mich nochmal so. Genau deswegen bin ich voll so zusammengejumpt. Mein Herz. Guck mal nach links. Links. Wie viele sind da? Und go. Boah, die kommt so zeitgleich. Weißt du, was mich daran stört? Die Dinger gab's in Fallout 4 schon. Mit exakt den gleichen Texturen. Wieso? Wieso ist jetzt hier ein Grafik-Bug drin, ey? Ich versteh's nicht. Da sind zwei Stück nebeneinander. Die eine ist Deutsch, die andere ist Englisch. Ist wohl ein Austauschstudent oder sowas. Und jetzt kommen noch ein paar steinalte WoW-Clips. Bei dem hier fliege ich mit so einem Druiden-Dude Richtung Mogo-Shun-Raid. Und er dismountet wohl zu früh und stürzt in den Tod. Und ja, ich könnte ihn resen, aber... Nee. Hier bin ich gestorben und zurückgelaufen, aber es hat gebackt, weshalb ich hier so dead inside bin und nicht angreifen kann, aber trotzdem Schaden nehmen kann, bis ich dann nochmal draufgehe. Reminder, das Spiel kostet 11 Euro im Monat, by the way. Hier habe ich die Reinkarnation von Michael Jackson gefunden. Und hier habe ich mit Chris beim Angeln eine Diskussion über Gitarren geführt. Ich weiß nur, dass irgendein Part wie die Vagina heißt. Aber nicht wie die Vagina, sondern wie dieses professionelle Wort dafür. Wie hieß das nochmal? Klitt. Ich habe mich gerade so schlecht, dieser... My Chicken ist so ekelhaft, Alter. Einfach weiterfressen. Friss durch den Schmerz. Ich höre dir nie wieder BK in Wurzbach. Hebst du mich auf oder bleibe ich jetzt einfach im Dreck liegen? Wo bist du? Unten. Spring runter. Ich kann mir nicht, ging nicht das Haus. Mann. Ich bin legit traurig gerade. Sobald ich mal eine Chance habe, jemanden zu killen, werfe ich sie. Ich treffe den Gegner nicht. Meine Laufanimation fehlt, Alter. Nicht in dem Spiel funktioniert. Kannst epische Outfits und Waffenskins ausrüsten und drei Spezialaufträge, drei ganze Spezialaufträge spielen. Boah, geil. Eine seltene Hose. Mit welchen Ernsthaftigkeiten du das aussprechen kannst. Oh, die New kommt. Aber es ist nicht meine. Drop it like it's hot. Oh, bitte nicht hier. Oh, scheiße. Die droppe genau auf uns. Wo ist denn hier das Telefon? Da so. Wir brauchen einen JB-2-Luftschlag. Da kommt der JB-2-Luftschlag. Viva la resistance, bitches. Ach du Scheiße. Oh, das war ein paar, Alter. Wie viele habe ich gekillt? Fahrzeugabwurf. Wechseln. Wie? Kommt da jetzt ein Fahrzeug runter. Oh, da kommt echt was. Alter, was ist das? Ein Traktor? Ich habe kein... Äh, ja, scheinbar. Mach's gut, Bruder. Nee. Komm mal her. Guck dir das an. Das ist so stumm. Und dann wie ist es? Dies bohren die einfach. Die sind einfach weg. Hier steht schon wieder so ein Gegner random rum. Was? Hat keine Waffe in der Hand. Beziehungsweise er hat eine Waffe. Aber sie ist nicht in seiner Hand. Wo? Hier. Fast ist... Was ist denn hier los, Alter? Er wird gestochen. Gehst du schon wieder Dinos? Ich hab dir was Lina an das getraut. Ramm Taurus. Panaten. Oh, der hält voll viel aus. Oh, der will mich rammen. Oh, er ramt mich gerammt. Mist viel. JIT! Kammerjäger, drück die Taste. Drück die Taste. Oh, warte mal. Nee, das war D. R. S. Na, du musst die Taste drücken. Welche? Das war Leertaste. Ah, E. Ich muss E drücken. Okay. Hallo, warum fahr ich da noch eine Runde? Aber irgendwie ist es broken, weil das Ding fährt auch nicht mehr wirklich schnell. Ich will hier raus. Hä, wie kann das so kaputt sein? Leute. Das ist nett. Helft mir. Dominik möchte aus den Kinderbaden die da drücken werden. Nee, es läuft noch, aber das Ding ist voll slow. Es ist voll dumm gerade. Ich seh es. Viel langsam, das Ding. Wäre das auch bergab so langsam? Ja. Das war gar kein Sinn. Nee. Das ist einfach nur kaputt. Das Ding bremst absichtlich runter. Sorry, we're closed. Ja, wieso steigst du auch da ein, wenn die closed sind? Wo bist du denn? Na, da fährst du gerade durch den Tunnel. Der Tunnel, in Anführungszeichen. Das dauert noch. Der fährt jetzt erstmal eine Halbkurve. Und dann noch eine. Sprich, Milch, Brick. Wem? Brick. So dem. Ja, aber das ist wirklich so. Der würde so ein Geräusch machen, so wie das aussieht. Ja, ja. Oh, wer hat das Eisen hier auf zwei verschiedene Stacks gesteckt? Ich glaube, ich kriege doch noch einen Anfall heute. Und das Sugarcane wächst nicht. Like legit, das wächst nicht. Play Snut to grow Sugarcane Seeds. Hast du Snut benutzt? Nee, du hast Sand gebaut. Was ist denn Snut? Er hat nicht mal Snut benutzt. Mein Gott, dann baue ich halt Snut. Geil. Das ist aber zwei Sand übereinander, die geben Snut. Was soll das denn sein? Keine Ahnung. So, kriegen wir noch irgendwie 3200 zusammen, dass ich das dem Moab Slow up kaufen kann. Mir fehlen noch 2000. Dem Moab Slow, nein, mach erstmal die Bombenwerfer, bevor du Moab Slow machst. Ja, aber der muss ja langsam sein, dass er öfters getroffen wird, sonst ist der instant da wieder raus aus dem Bereich. Ich schwöre, der wird einmal weniger, wenn überhaupt einmal weniger getroffen wird. Es ist viel wichtiger, erst schwere Bomben und Moab-Schläger zu haben, als die Moab-Slower. Ich weiß ja nicht, aber okay. Noch 1 Million Prozent. Nee, Geld hier, Geld. Cook ist aus dem Bereich draußen. Danke, dass er nicht geslowed wurde. Ach, das ist egal, das ist egal, das ist egal. Ja, ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, super. Oh mein Gott, Happystick streamt. Seit 3 Jahren das erste Mal wieder, glaube ich. Wer? Happystick. Oh mein Gott, schon, den kennst du gar nicht. Oh Mann, den kennst du gar nicht. Ja, no shit, wenn er seit 3 Jahren jetzt streamt und ich das Spiel seit 6 Monaten kenne. Ja, das ist so ein cooler Typ gewesen. Der hat die Ozu-Community so bereichert eigentlich in all dem, was er gemacht hat. In seinen Projekten, in seinen... Nee, ich kenne mich nicht so in der Ozu-History aus. Alles, was vor August 2019 war, weiß ich nicht. Oh Mann, ey. Woher denn auch? Nirgendwoher, nein, nirgendwoher. Du sagst, oh Mann ey, als könnte ich da irgendwas für. Nein. So, Top-Spionage ist an. Oh, die sieht er trotzdem nicht. Fuck. Das kam gerade so, der Top-Spionage stand. Jawohl, Chef. Spionage ist an, es wird uns keiner entgehen. Oh mein Gott, die neue Furioso Melodia. Aber kann sein, dass das Bild irgendwie ein bisschen weird aussieht. Kann sein, dass da... Das Gesicht ein bisschen... Was ist das? Das sieht schon so kaffend aus.